Hallo, wer sind wir? Das sind die Dozenten Philipp Thomas und Christoph Heinrich aus dem Studiengang Digital Transformation Management, die den Kurs App-Werkstatt Entwicklung digitaler Technologien lehren. Ich bin der Chatbot der Rheinischen Fachhochschule und werde innerhalb dieses Kurses als inhaltliches Thema dienen. Ja, das ist korrekt. Und als kleiner Gag zum Anfang dieses Videos, aber doch mit einer tiefer gehenden Aussage. Wir behandeln in dem Kurs App-Werkstatt genau solche aktuellen und auch noch zukünftigen Technologien, wie zum Beispiel diesen Chatbot, aber auch eben Technologien, die man vielleicht aktuell noch gar nicht auf dem Schirm hat. Die analysieren wir, dahingehend aus welchen Bestandteilen die bestehen, was man dafür braucht. Wir gehen da auch in die Tiefe. Ja, und schauen dann, ob diese nur Hype sind oder ob sie wirklich die Welt drastisch verändern werden. Und Sie haben sicherlich schon mal etwas von Blockchain gehört. Vielleicht ja sogar von 4D-Druck, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ich habe mich jetzt nicht versprochen. Ich meine wirklich die vierte Dimension des Drucks. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, was das denn ist, dann ist der Kurs App-Werkstatt sicherlich genau der richtige für Sie. Ja. Dabei betrachten wir natürlich auch die Chancen und die Risiken der Technologien auf die Gesellschaft und die Unternehmen. Sie werden das Ganze nicht in einer traditionellen Klausur bei uns bearbeiten, sondern in spannenden Projektarbeiten. Bedeutet, Sie suchen sich eine Technologie oder mehrere Technologien aus, die Sie dann gemeinsam bearbeiten und idealerweise anhand Ihres Unternehmens durchspielen. Wie so eine Projektarbeit oder so ein Projekt aussieht, durchgeführt wird, können wir mal über den Chatbot fragen. Kannst du uns erklären, wie solche Digitalisierungsprojekte, wie du einst bist, durchgeführt werden? Tut mir leid, dazu kann ich leider nicht weiterhelfen. Okay, aber wir können weiterhelfen. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kurs, die App-Werkstatt, besuchen, in unserem innovativen Studiengang. Bis dahin. Bis bald. Schön, dich kennengelernt zu haben.